Das Erste, was wir tun müssen, ist zu sagen, wir nehmen uns ein Blatt und dann nehmen wir es in die Hälfte. Jetzt machen wir es wieder auf. Jetzt geht es darum, dass wir auf dieser einen Seite hier kritzeln oder zeichnen, was für uns so etwas ist wie Unordnung. Unordnung oder Verwirrung, Desorientierung. Jetzt können Sie sich einen Stift aussuchen, eine Farbe, die Ihnen gefällt, für dieses Gefühl von Verwirrung. Ich würde schwarz nehmen. Diese Seite, nicht diese Seite. Mein Kaff. Ich habe mir so etwas gemacht, dass ich gebrauchen kann, was systematisch ist. Das andere hat es ja können sehen. Probieren Sie es mal. Probieren Sie es. Sonst helfe ich Ihnen. Und jetzt zeichnen wir das Gegenteil von dem. Dunkelblau. Dunkelblau. Ja. Die da. Die da. Die? Ja. Ich habe die Trude. Aus Buchstrehundreh. Die Traude. Ja. Die Traude mit großen Ohren und mit langer Nase. Ich mache es gut. Das ist eigenartig. Ja, aber schöne Farben, gell? Ja, schon die Farben sind ja schön. Da da. Da di da di da da. Di da da. Da. Schöne Stücke. Ich frage mich nur, wohin bleibt das Ganze? Es geht jetzt alles ins Museum. Was soll ich machen? Gott. Das macht es ganz gut. Aber ist verletzend. Wir sind beim Nachmittag. Ich trage mich auch leủ. Ich trage mich nur. Was soll ich sein? Ach so? Hat sekt ihr? Das war das Hässchen. Ich trage mich. Untertitelung des ZDF, 2020